So, da hinten war ja... Ich muss mal auf die Karte gucken. Ich schwimm mal einfach hier so rein. Die dürfen ja irgendwo hier stehen. Irgendwo hier, wo es eng ist. Okay, hier bestimmt nicht. Verdammt, ich wollte gerade drüber fliegen. Naja, okay. Also irgendwo hier wird ein Schiff stehen. Warte mal, wir fahren mal hier rein. Ja, hier verlassen wir die Ebene ja schon wieder. Das wollen wir noch nicht. Hier ist eine Sackgasse. Ich fliege mal hier rauf und dann... Obwohl wir können ja noch da hinten. Da geht es ja noch ein bisschen runter. Hier ist ein Chocobo-Wald. Ne, hier wird es zu dunkel. Hier wird es mit Sicherheit nicht sein. Okay, dann... Ne. Also ich gehe davon aus, dass es irgendwo da hinten ist. Also hier jetzt irgendwo in der Mitte. Weil auf der Karte, das sieht halt aus wie so eine Bucht. Ich denke mal, da würde sich so ein Schiff gut verstecken lassen. So, jetzt fahren wir einmal im Kreis. Das ist, glaube ich, nicht so das wahre. Also die Idee hat uns ja gesagt, wo wir die finden. Und ich denke, wir sind hier auch irgendwo richtig. Nur, dass wir gerade nichts finden. Wie gut, dass wir Zeit haben. Das ist sehr positiv. Ich wünschte, ich könnte noch mal da rauf irgendwie. So, da ist unnötig. Da schwimmen wir einmal rum. Hier sehe ich jetzt auch nichts. Ich fahre mal einmal um jede kleine Insel hier. So, das heißt, einmal hier rein. Dann könnten wir den linken Inselteil, also den Abschnitt, schon mal abhaken, wenn hier nichts ist. Sieht aber auch nicht so aus. Ich meine, da ist jetzt das lange Stück. Und ich weiß ja noch so ungefähr, wie das Schiff der weißen Seeds aussieht. Ich meine, die waren ja auch bei uns und haben Elioni abgeholt. Müssen wir mal gucken. So, hier ist natürlich nichts. Nö, hier ist nichts. Hier haben wir so kleine Inselabschnitte. Hier kommen wir nach oben. Also ich glaube echt, dass das irgendwo da hinten ist. Also in dieser Mitte da. Ich versuche mal hier jetzt oben zu bleiben. Vielleicht können wir das irgendwo sehen. Und dann von oben einfach runter. Mal schauen, mal schauen. Ja. Die haben sich entweder sehr gut getarnt oder ich werde blind. So, hier haben wir die Stelle mit Odin. So, hier sind wir doch, glaube ich, wieder beim Leuchtturm, oder? Also, ich glaube, wir sind ziemlich nah dran. Wegen diesen blauen Pünktchen da auf dem Boden. Das war, glaube ich, früher mal so ein Anhaltspunkt für mich. Ah, wo gehe ich denn jetzt lang? Ich bin der Meinung, es war hier irgendwo. used to be, wotyom Wissen ist. Ich bin der Meinung, es war hier. Und ich glaube, wir werdenpapen mit своих Schu. Und ich glaube, hier haben es nur wieder anpackt. So, ich bin der Meinung. Gib mir Infos. Los. Okay, sie will nicht. Quist es? Ja, ich... Wir müssen doch zu den Seeds, oder? Doch, klar müssen wir das Schiff der weißen Seeds finden. Warte mal, wir gehen mit auf die Krankenstation. Ich bin der Meinung, wir müssen das Schiff finden eigentlich. Vielleicht kommt auch zuerst was anderes. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. So, wir fahren in den ersten Stock. So, und das erste hier ist direkt die Krankenstation. Schauen wir mal, wie es Rinoa geht. Aha, okay. Da ist jemand schwer verliebt, würde ich sagen. Ach nee, eine Laguna-Episode. Super. Ja. Wen nehme ich denn mit? Also, wen... Oh, komm. Sell. Ich koppel einfach nachher selbst. Ach, herrje. Ich koppel einfach nachher. Ach, nö. Ich weiß, was kommt. Oh, nein. Das wird so blöd sein. Hm. Okay. Ja. Au. imoto. inku. Au.